Ja, das ist toll! Herzlich willkommen zum Zimmer-Duell. Ich bin hier mit Manu, für den die grüne Scheibe steht, mit Tahit die Mitte und mit mir die weiße Scheibe. Wer von euch dreien geht öfter zum Friseur? Ja. Was ist das? Es geht zu den Papa die meisten. Ich habe das gemacht, das ist fertig. Let's be honest, oder? Ja, be honest. Du kannst es abholen. Kein Punkt. Was hast du getan? Bro, wir haben das doch besprochen, Alter. Hey, Manu, wie ist es? In der Raum auch? Manu, Mann. Wer von euch dreien ist der Schnellste? Er ist der schnellste? Ja, er ist der schnellste. Entschuldigung, Mann. Das ist für dich ein Punkt. Ein erstes Punkt. Sehr gut. Ja, Mann. Hau fast. 37,6 Meter. Ja, 37,6 Meter. Okay. Wer von euch dreien gewinnt öfter an der Konsole? Was ist das? Oh, ich schwör, das ist eine gute Frage, Mann. Manu? Ich bin ein Teamplayer. Punkt für dich! Manu! Manu, Mannu! Wer von euch dreien hat die meisten Sneaker zu Hause? Der nächste Punkt. Fantastisch! Mehr Sneakers, oder? Wer von euch dreien hat denn den besten Style? Ihr drei versteht euch. Wieder einen Punkt. Wer von euch dreien ist am öftesten in der Behandlung? Am öftesten? Wer von euch dreien ist öfter in der Behandlung? Wer ist das, Felix? Wer wird die meisten Träten bekommen? Oh, nein. Ich kenne diesen Punkt. Punkt für... Oh! Warte, warte, warte. Ja, doch. Mannu! Mannu! Punkt für euch! Felix ist weiß, Manuel grün. Noch einmal. Felix ist weiß, Manuel grün. Ich kenne, aber... Mann! Wer von euch hat den besseren Musikgeschmack? Manu, deine Entscheidung in drei, zwei, eins. Kein Punkt für euch. Wer von euch ist denn öfter am Smartphone? Wer von euch ist denn öfter am Smartphone? Ja. Kein Discussion. Kein Punkt. Was? Mannu, ist immer in der Runde? Aber du? Du hast 16 Phones, Bro. Bro, ich soweit. Ich kenne das. Du hast 16 Phones, Bro. All die Zeit. Du, 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 du. Aber Mannu ist immer auf der Runde, wenn wir FIFA spielen. Oh, ja? Wirklich? Das ist Mannu, aber immer mit der Runde. Okay. Sorry, Mann. Sorry. Sorry, Mannu. Kein Problem. Wer von euch bestimmt das PlayStation-Programm? Punkt für euch! Es ist Mannu, oder? Es ist immer 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 Mannu, oder? Ja. Auf den vielfachen Wunsch hin der Community die Frage, wer ist der Boss? Wer ist der Boss? Oh, Mann. Komm schon, komm schon. Komm schon, Bro. Ey, du wißt du was? Ich bin ein Teamplayer, aber diese Frage, du wirst nicht wissen. Aber ich weiß, was Mannu wird antworten. Das ist warum ich... Das ist definitiv nicht der Boss, Bro. Aber es ist ein Punkt für dich, okay? Ja, ich weiß Mannu ist zu gut, also ich weiß, was er antworten wird. Oh Mann, es ist nur die Wahrheit, Bro. Es ist nur die Wahrheit, Bro. Es ist nur die Wahrheit. Es ist nur ein... Es ist nur ein warm-up, oder? Es ist nur mein Blatt auf dem Telefon. Ja, Bro. Was für dich? Bro, ich denke... Was für dich entschuldigen? Ich entschuldige. Für was? Alles war richtig. Was war falsch? Du hast die Musik falsch, oder? Ah, ja, Bro. Aber du hast den gleichen Garten. Und die Barber, oder? Ja, ja. Das war mein Problem. Das war's. Was war falsch?